Hallo, mein Name ist Sophie Sögner und ich bin Schülerin der VBS Akademiestraße. Ich besuche im Moment die fünfte Klasse der Handelsakademie und habe bis jetzt jedes Jahr mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgeschlossen. Sprachen haben mich schon immer fasziniert, weshalb ich auch gerne auf Englisch lese. Das hat mir unter anderem beim Abschluss des First Cambridge English Zertifikats mit einem Grade A geholfen. Außerdem durfte ich bereits erste Studienerfahrungen sammeln, als ich einen Monat lang am Waterford Institute of Technology in Irland verbrachte. Außerdem besuche ich schon das zweite Jahr den Freigegenstand Kunst und Kultur. Ich hatte auch die Gelegenheit, bei einem Projekt der Wiener Festwochen mitzuwirken. Zusätzlich arbeitete ich auch beim Kunstprojekt Burning Questions mit, welches einige Wochen lang im Künstlerhaus zu sehen war. Ich habe meine Zeit an der VBS sehr genossen, weshalb ich mich auch gerne bei Veranstaltungen engagiert habe. Das habe ich in den letzten Jahren vor allem beim Amicus Award oder beim Absolvententag unserer Schule bzw. auch bei unserer Klassenreise nach Berlin gemacht. Obwohl ich mich schon sehr auf die Studienzeit freue, werde ich meine Zeit an der VBS sicher sehr vermissen.